alter wir haben schon wieder ein halbes level ab jetzt noch nicht drei röhren erst mal in die röhren und dann schauen wir was da hinten ist wunderbar wir sind wieder in gumba town town vor allem dann ist jawohl perfekt wir haben endlich ein schnellreisesystem da kommt runter hallo endlich danke dann geht es hier garantiert zum staubtrocknen dingen vor posten jawohl und jetzt möchte ich wissen wo es dann nach links geht nein ja wenn da sind gegner drin ist das in ordnung ach nee das war hier so ein genau schneepuppe eisige überraschung der friert hier irgendwie ein wir schauen gleich mal wo es da hochgeht erst mal allerdings das wollte ich eigentlich nicht verdammt ich habe schon wieder vergessen die ordenspunkte warte mal ach so moment wo war es jetzt du machst mal spuk haut ab ha 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 wie geil man kriegt trotzdem die münzen das gefällt mir na ja was haben wir hier drin den powerhauer war mal habe ich jetzt dasselbe wie wir treten auch mit schlagen quasi ich habe drei ordens punkte alle ordnen so tun mir nichts rabatt schwindel wissen der erdbeben lässt für zwei bp die erde weben richtet bei allen gegnern die sich auf dem boden oder an der decke befinden leichten schaden aus der powerhauer verbraucht nur zwei bp und verschafft einem schlag gegen einen gegner den nötigen schwung nehmen wir mal den rabatt ordnen dazu ach menno den powerschlag probieren wir mal aus warum wie viel halten die viecher aus hier so hhb evendlich ist bereit so war so dann können die ladies oorfeigen sự claim klack die augen werden immer so groß beim schlagen so groß und weiß verdammt nicht aufgepasst aber lustig die sind hier anzutreffen und in einer wüste ist doch fast dasselbe klima und wir werden immer reicher meine güte wofür sollen wir peach warum sollen wir überhaupt befreien scheiden kleister keine gute idee kommt wechsel spuk scheibenkleister doch hat gereicht sehr gut verdammt es hätte ja klappen können aber das machen wir jetzt noch mal jawohl haut ab haut ab hoffentlich habe ich noch was für die bp sonst wird es etwas etwas klamm mit den wo wir sind hierhin es gibt wohl noch einen besseren hammer gut zu wissen und da war wieder so ein aufbauungsding aber wir haben ja eben niemanden zum aufbauen ach nee moment da gab es ja noch einen rang es gab noch einen rang da waren aber extra dinger so schauen mal verdammt hätte ja klappen können dass da gehe ich jetzt aber noch lang aber items war mal muss doch ahornsirup na bitte herzlichen dank ja unten apfel essen war trickreich wie immer oh man verdammt weitläufig das hier alles ist da kann man mit paracarry rüber wie es aussieht dann machen wir das doch mal also es ist nur ein sperrensperrensplitter vor allem sternsplitter aber trotzdem ja geht es da auch runter ich sagte geht es da auch runter nein wie komme ich denn darüber ach so moment müsste doch hier dann irgendwo sicher wieder einen block geben interessante sache und wo bin ich hier okay man kann hier nur runter oh oh hä noch so ein teil oh nein power schlag da ach scheibenkleister du bist dran junge herzlichen dank auch so eigentlich müsste der auch fallschaden bekommen ah a2 hat gereicht sehr gut prima ach so okay soll das hat also alles nichts gebracht herzlichen dank herzlichen dank auch sage ich da nur das wird dann wo geht es denn hier hoch okay geht es nicht hoch zack so hier haben wir schön drei schnellreise röhren und dann da rechts daneben auch nochmal wo ging es hier lang nochmal speichern speichern oh ne wie viele von diesen beschissenen misspichern gibt es eigentlich noch haben wir irgendetwas was nehmen so so rückerstattung zack hat dir viel mehr weh getan als mir oder ne quark ich glaube das hat dem ähm wobei 4 ist eigentlich dämlich gewesen dass ich das na egal vielleicht hat er ja frostschaden oder sowas moment das ist etwa ein stärkerer blooper der kann mich auch elektrisieren ähm nein nicht focus ich bin echt ein depp oder mach du mal den hier wie soll mir das denn ja ich werfe moment moment habe ich noch ein besseres item dabei erst mal ein apfel so dann machst du luftangriff haha oh man zwei weil ich natürlich wieder nicht super attackieren konnte was macht er jetzt ach so ja herzlichen dank ähm mach mal erfrischung ja natürlich erfrischung auf mich hallo so so äußerst praktisch natürlich komm schon du machst panzerwurfs damit wir wenigstens etwas attackieren au herzlichen dank auch dann machen wir mal wiegenglied vielleicht klappt das ja wenn er für zwei runden oder so wegpennen dann kann ich fokus und erfrischung machen oder sowas in der art zwei runden nur ähm panzerwurfs paf aber der schläft schön weiter ähm fokus und paf jawoll wer ist wieder da ähm machen wir erfrischung mhm dann kann ich nämlich mit paraco carry paracarry nicht paracooper gleich wieder angreifen panzerwurfs kleine dann dann partner Doch, wir bauen unser eigenes Schloss. Yeah, wir haben ihn. Ich glaub's nicht. Wir haben jetzt in einem Part, oder es sind schon fast zwei. So, was haben wir hier drin? Hoffentlich hat es sich jetzt gelohnt hier. Verkleinert einen Gegner und schwächt ihn. Das ist natürlich richtig geil bei Endgegnern. Das probieren wir mal aus demnächst. Ja, ich hab gar keine Lust, mich jetzt mit einem Gumba anzulegen, der viel aushält. Aber es ist lustig. So, dann werde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Paper Mario.